Was mir wichtig ist, wenn ich meine Sachen auswähle, ist, dass sie bequem sind, aber gleichzeitig auch schön aussehen. Mein erster Eindruck, als ich die Hose getragen habe, ich glaube, ich habe sie drei Tage nacheinander getragen. Das kann ich bestätigen, er will sie nicht mehr ausziehen. Ich hätte sie doch am liebsten noch länger getragen, weil sie eben extrem bequem ist, also auch wie das Hemd super komfortabel ist.